Unter dem Brunnen des Lagers hier. Ja, natürlich. Die Kristalle da unten sollten besser bleiben, wo sie sind. Verstehe. Eines Tage. 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 Zakhir sagt, du hast den Schlüssel von Meister Farruko. Schlüssel? Ich? Du musst dich irren. Und überhaupt, wer ist Zakhir? Einer der Gnome hier im Lager. Dämmert's jetzt? Nein, mit denen habe ich nichts zu schaffen. Schon vergessen? Ich muss mich doch um die Wäsche kümmern. Also schlage ich vor, du sprichst mit diesem Zakhir oder von wem du auch immer deine Informationen bekommst. Wegen Farruko's Schlüssel. Jetzt mal unter uns. Wo hast du den Schlüssel? Ich sagte dir doch schon, glaub mir, ich bin... Hm, das war wohl nichts. Wäsche, Homie, nix. Schlüssel? Sicher, Magno. Du willst mich wohl verscheißern? Ich zähle jetzt bis drei. Wenn der Schlüssel dann nicht in meiner Tasche ist, dann... Aber Zakhir nix. Eins. Wirklich, Homie muss glauben. Zwei. Okay, okay, Homie hat gewonnen. Zakhir gelogen. Aber machen gut und geben Schlüssel an Homie. Hier. Na bitte. Warum nicht gleich so? Warte hier. Ja. Dasselbe und Musik Komet, sicher Ich habe dein Aurikulki gefunden Oh, Zakir dachte Aurikulki wäre sicher in Truhe von Matar Faruco Jetzt braucht Zakir neue Versteck, bessere Versteck Du machst das schon Warum ist eine Pfeife dein Aurikulki? Holzraucher ist besonderes Ding Verwandte Kraut in Rauch schmecken prima Du rauchst? Ja, aber nur wenn niemand guckt Zakir will ja nicht teilen müssen Der Gnom Lamy gab mir noch eine letzte Lieferung für dich mit Fleißiges Kerlchen Was hat er für mich? Musik Diese Kristalle und Edelsteine sind für dich Guter Rumi Dafür hast du dir eine große Belohnung verdient Ich habe ihn Er sagt, sein Name sei Lamy Lamy gefunden? Ist ja auch Ich denke schon Vielen Dank für diese gute Nachricht Lamy ist dein Lehrling, ja? Ja Aber Wachen sagen, dass Guter Arbeiter er war Soll ich Lamy Lamy, guter Arbeiter Bin Ich werde mal sehen, was ich Du bist ein Was? Ich habe Bist wohl von Gnomen aufgezogen Was würde ich Ein letzter Tipp noch Bra Du hast doch bestimmt schon einige Kristalle Ich habe mir ein paar organisiert Das ist sehr gut Mir hat man nämlich alles weggenommen Weil irgendjemand die Magier bestohlen hat Du kannst mir doch sicher mit ein paar Kristallen aushelfen, ne? Besorge Denkst du, du kannst hier eine große Klappe riskieren, ne? Nicht mit mir Gib Steck ihm den Finger ins Auge Zeig, was du kannst War unnötig Tja, das war wohl nichts Ja, ja, schon gut Lass mich einfach in Ruhe War unnötig 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 Ich muss mich jetzt um mein Lager kümmern. Ich muss mich jetzt um mein Lager kümmern. Ich muss mich jetzt um mein Lager kümmern. Nein, nein, nein. Du wolltest eine Banane. Da bin ich mir sicher. Jetzt reicht's. Gib mir endlich das Elixier. Diese Jugend. Kein Respekt mehr vor dem Alter. Da hast du es. Jetzt lass mich endlich in Ruhe arbeiten. Tschüss. Tschüss. Ich habe mit deinem Meister Abbas gesprochen. Lami keinen Meister hat, Homie. Eigener Meister. So, so. Abbas sagt aber, dass du immer ein guter Arbeiter warst. Jipp, jipp. Lami immer fleißig. Immer arbeiten. Aber Lami arbeitet jetzt für sich selbst. Willst du mit mir zur Oberfläche kommen? Wenn Lami wollte, wäre er schon zurück. Bleibe hier. Du bist doch ein Dieb. Hier unten gibt's doch nichts zu holen. Ach, das sagst du, Homie. Lami bleibt hier unten. Okay. Darf man fragen, wieso? Mein Meister wird nicht glücklich darüber sein, dass Lami einfach seine Arbeitsstätte verlassen hat. Lami will keinen Ärger kriegen. So schlimm wird es schon nicht sein. Äh, Lami besser nichts mehr sagen. Was willst du hier unten mit Kristallen? Lami sammeln ganz viele Dingi für Auri Kulki. Finn Lami hat Berg voller Glitzersteine. Er kann sterben mit Ehre. Verstehe ich nicht. Macht nix, Homie. Habe nichts für Homie. Lami möchte im Bronnen bleiben. Äh, wirklich? Na gut. Danke für deine Mühe. Danke für dich. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018